Spotsen, kennt ihr eine? Schreibt es in den Kommentaren. Ich bin halt spaniert. Wer will mir in der Dreschen? Jetzt sind wir bei der Pisse im Team. Wenn geht links schon, soll ich wohl rein. Hier ist schon eine Laserschwuchtel drinnen. Ja, aus dem G. Oder HDRP. Und da im Eck steht der Pissebob. Ich habe dich gerade griechen sehen. Ich habe ihn mit der Pissebobel gespielt. Bine, das war die Kopie. ist es ewig ja ich krieg ruhig ein tollkühler bursche bin na lisa haben ratiert ach wenn sie zu legen wird Boah, jetzt hat er aber gedünscht jetzt nebenan. Weiner. Oh. Ich hab'n dieser Junkie grad mit dem Feil gepackt. Wenn's nicht so lag'n würd! Ah, ah! Keine Ahnung. Das ist ja ein Stück Scheiße, ey. Ja, jetzt lag'n einer und bin tot. Ja. Das passiert mit allen Leuten, die nicht spielen können. Alter, halt die Fresse! Wenn die stimmt, dass ich das Konto zieh' in der Abschlussserie... ...dann kannst du aber voll geht's rosten, Pupu! Ah, wie schießt sie immer? Ja, nur! Da bin'n Finger! Danke! Wie geht's an der Kleinen? Ja, alles fein. Ich hab' sie heut' wieder mal gestopft. Ja? Ja, ging gut ab. Ja, nicht jeder Sex ist immer automatisch gut. Ach, ich kam auf meine Kosten, das ist mir scheißegal. Ach Gott, von hinten... Warst du denn die Fälle ausgeklärt, oder ist noch was drin? Na, Mann, da ist noch was drin, so Restbestand, was seh'n, ein Viertelnittes... Da war's dann... Da war's auch kein guter Sex. Doch, Mann! Ich hatte nicht viel Zeit! Verbündete Drohne über uns! Markiere Koordinaten für Vorräte! Den Rest kriegt sie morgen. Oder später! Na... Wird er nicht kaputt! Mein Name ist Bronzen! Schau halt Bronzen! Sag mal tschüss! Aber jetzt schau mit uns nach! Der Gatling Johnny, die Spiele, so! Schau, sogar Lisa, oder? Ich soll nicht lieben! Lisa Zielförderer! 18,5... Oh, Mann! Hier ist mal die selbe Scheiße mit dem VZ. Sag ich tschüss! VZ.